Maler Profi und die Spektrum Arena Das ist Maler Profi. Und das ist sein Laden mit Ausstellungsfläche. Hier möchte er seinen Kunden eine besondere Beratung bieten. Aber wie? Kein Problem. Maler Profi weiß da was. Er schnappt sich die Spektrum und seinen neuen Super Beamer. Die lässt er extra vom Fachmann aufeinander abstimmen. Dann geht's ab in die Werkstatt. Im Handumdrehen zimmert Ladenbauer Winkel ein Haus- und ein Innenraummodell. Die packt er in eine dunkle Box, damit die Beamer-Farben gut zu sehen sind. Maler Profi lässt Spektrum und Beamer auf die Modelle ausrichten. Nun kann er Farbtöne und Materialien darauf abbilden. Und zwar kantengenau. Wenige Tage später steht Familie Farbig im Laden. Gleich präsentiert Maler Profi seine Spektrum Arena. Der Raumeindruck begeistert. Sogar einzelne Oberflächen können individuell gestaltet werden. Endlich kann Maler Profi zeigen, was er alles kann. Und Familie Farbig weiß schon vorher, wie es später aussieht. Familie Farbig ist überzeugt. Maler Profi, gestalten Sie gleich unser Wohnzimmer. Tja, ich und meine Spektrum Arena. Hereinspazieren, ausprobieren, inspirieren.